Wow, Leute! Wir haben es zur Pokémon-Liga geschafft! Und jetzt muss ich noch einen, zwei neuen letzten Pokémon wieder zurückholen. Ich will nämlich nicht Jam werden ohne Randy. Wir werden Golduck wieder ablegen und werden dann, wie gerade gewollt, Randy zurückholen. So, Randy, wo bist du? Ah, da bist du ja genau, so wie ich den Pokémon habe ich angefangen. Da ist dieses Manfaxo, da hole ich jetzt gleich wahrscheinlich auch noch meine Überreste runter. Dann gibt es irgendeinen meiner Pokémon-Move-Items. So, back. Okay. Jetzt kann man gucken, welchen Pokémon gebe ich jetzt diese Leftovers. Geben... Ich denke, ich gebe sie Bone. Ja, ich gebe sie Bone. Machen wir. So, es kann losgehen. Ich werde mein Pokémon austauschen. Randy kommt an erster Stelle. Es ist am schwächsten. Werden wir es schaffen? Okay. Okay. Tell me to introduce myself. I'm Drill. I have trained all around the world, making my psychic-type Pokémon powerful. And at last I've been accepted into the Elite Four. I can only keep getting better. Losing is not an option. Bin ich bescheuert. Toxiquack Giftkampf. Erste Stelle. Oh Mann, ich bin so fiel. Ja, das war doch so klar. Ich tausche lieber aus. Ich rechne jetzt mit dem Angriff Psychogenese. Das hilft. Da kann Cherox auf jeden Fall einiges wegstecken. Ganz klar. Und ich sehe auch, die Level bereits schon sind nicht wirklich hoch, aber dafür können sie schon ziemlich draufhauen. Aber das war auch ein Critical Hit. Das zählt nicht. Ich gehe mit Exzessor ein. Und es kommt Todeskuss. Super. Ich werde die Zeit dazu verwenden und werde wahrscheinlich einen Aufreger verwenden. So. Und in der Runde müssten sie nochmal angegriffen haben. Vielleicht haben wir da nur noch einen Trip unserer KP und dann... Oder auch nicht. Oder wir könnten auch total vernichtet werden. Aua. Wo sind wir Erster? Greifen wir als erstes an? Ich will jetzt hoffen. Nein, wir greifen nicht als Erster an. Scheiße. Ich bin jetzt... Ich war jetzt 100% überzeugen, Leute, dass ich als erstes angreife. Aber okay. Keine Panik vor der Titanic. Ich gehe mit... Bone rein. Und setze wahrscheinlich erstmal eine Leerplume ein. Warum? Okay. Ich sollte wahrscheinlich erst mal mit Geno rein und dann mit Anne sie boosten. Das schätze ich mal sollte ich machen. Sie geht mit Spezialangriffen drauf. Spezial verteidigen. Ist bei Bone nicht wirklich überragend. Aber normal hoch genug, um es zu überleben. Ist kein Step-Bonus. Aber Fokusstoß hat schon eine ziemliche Stärke. Ich glaube 120. Aber ich glaube 120. Überleben wir nicht. Ja, aber überleben wir es. Wir sind trotzdem langsamer. Das ist das Problem. Ich gehe jetzt von aus, es wird wieder Fokusstoß einsetzen. Ich hoffe, der Fokusstoß geht daneben. Ich werde mit Geno reingehen. Und es geht daneben. Ich kann Geno einsetzen. Ich kann mich heilen. Und dann in Ruhe mit Anne sie boosten. Und dann haben wir nochmal überhaupt keine Sorge mehr zu verlieren. Außer es kommt das Pokémon Galagladi. Das könnte jetzt gut passieren. Wir gehen jetzt erstmal mit einer Hyper-Poche rein. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder mit Fokusstoß angreifen. Da wird es vielleicht auch treffen. Interessiert mich aber nicht, weil es in dieser Runde dann einschlafen wird. Und in dieser Runde setze ich dann Anne sie ein. Oder Psychokinesi. So, je nachdem ist mir jetzt auch ehrlich gesagt schnurzpiep egal. So. Gut, es kann losgehen. Ich werde mich jetzt mit Amnesie boosten. Und nebenbei werden auch noch meine KP gut geheilt. Das ist schon sehr, sehr gut. Amnesie. Und das Gute ist, Amnesie erhöht ja meine Spezialverteidigung sehr, sehr stark. Und dann kann das Viech mir normal gar nichts anhaben. Und wenn jetzt 90% ihrer Pokémon nur aus Spezial-Angriffs-Pokémon besteht, könnte Boat es sogar im Alleingang schaffen. Ist gut möglich. Ist gut möglich. Schön. Ich erhöhe meinen Spezialverteidigungswert sehr stark. Und werde noch nebenbei geheilt. Ja. Gut, damit ist es jetzt zu rechnen gewesen. Aber einen Fehler habe ich jetzt, glaube ich, trotzdem gemacht. Ich habe keine Top Genesung geholt. Fuck. Fuck. Okay, ich hoffe, ich komme auch ohne aus. Der Vorteil von Top Genesung wäre halt gewesen, ich hätte mein Pokémon im roten Bereich heilen können. Und angenommen, es wäre noch paralysiert, wäre das auch gleich Rage. Stattdessen müssen jetzt zwei Runden verschöten für einen Hypertrag und einen Paraheiler. Beispiel. So, der Fokus-Best sollte jetzt normal gar nichts mehr groß abziehen. Mhm. Macht zwar noch ein bisschen Schaden, aber kein dramatisch Ruhm mehr. Ich gehe jetzt nochmal mit Amnesie rein. Und das sollte genügen. Dann sollten wir gute Chancen haben. Ah, mein Part 31 ist es... Ne, Part 32 ist es schon fertig. Und ja, ich mache das jetzt alles schnell hintereinander. Ich will das Projekt jetzt beenden. Und gleich im nächste Projekt einsteigen. Mal gucken, vielleicht kommen jetzt auch erstmal keine Pokémon Let's Plays. Das überlege ich gerade. Problem ist, ich hätte gerne ein Center-Projekt gestartet, aber... Bei mir läuft ja bereits Ocarina of Time. Das läuft gerade auch nicht wirklich rosig, finde ich. Und ja. Noch ein Center-Projekt und dann ist es auch noch Retro. Gemischte Gefühle, sage ich mal bei mir. So. Gut. Ich hoffe, wir wachen jetzt schnell auf. Ich spüre es einem Stück mal ein bisschen vor. Bis wir aufgewacht sind. Du Lutscher! Du dumme Schlampe, du! Du fettes Stück Scheiße! Ich fick dich auseinander, das ist mir jetzt egal. Fuck, ich bin so blöd. Drache Flug. Und dann noch Eis als Step-Bonus. Bin ich bescheuert. Vor Zorn habe ich jetzt mein stärkstes Pokémon rausholen wollen. Aus Zornskunden. Und jetzt war ich gleich den nächsten Fehler. Ich... Jetzt läuft es gar nicht gut. Jetzt bin ich wieder total aggressiv und böse und wütend und bla bla bla. So. E-Zone sollte das jetzt gut blocken können, das erste Mal. Ich gehe jetzt von aus, sie will mich mit einem Fokusstoß vermichten. Ich hoffe, ich überlebe und kann mit Spiegel-Cape dem Viech den Rest geben. Ich werde jetzt E-Zone fallen lassen. Ich muss auf jeden Fall meinen Xerox zurückholen, das ist ganz auch wichtig. So, Rewive. Xerox, du kommst zurück. Dabei kann ich jetzt gerne angreifen, das ist mir egal. Warte mal, ist Fokusstoß bei ihr schon? Feierabend? Das hat natürlich einen riesigen Vorteil, wenn ihr jetzt ihren Fokusstoß schon bereit sein Ende habt. Bono liegt zurück und Rexigys auf jeden Fall auch. Das hat sie den Vorteil verkriegt, verdammt. Ich gehe jetzt mit Gamer nochmal rein. Komm schon, Bono ist Überlebste. Yes, es hat gerade so überlebt. Gut, jetzt ist es erstmal müde. Ich werde jetzt nochmal mit einem Hyperheiler, ne, nicht mit einem Hyperheiler, sondern mit einem Übertrank reingehen. Und werde damit einen Psychokinesen predikten können. Gut, Schaden kannst du mir jetzt auch nicht machen. Es schläft wieder. Und das booste ich mich wieder ganz schnell mit Amnesie. Das war's. Gut. Vielleicht könnt ihr auch noch meinen Angriff boosten. Mit einem Item zum Zwar X Spezial Angriff. Vielleicht reicht es auch schon. Ich mache jetzt erstmal nur eins. Ich versuche es mal mit einem Heiler wieder. Und gehe jetzt mit Lavaplume rein. Und damit ist Rosanna besiegt. Verdammt, das Zartkrad echt an meinen Geduldsfaden wieder. So, damit hat wieder Bowen seine volle KP. Jetzt muss ich auch mit Galagladi rechnen. Ne, Slowbrow. Okay, ich habe keine Angst vor dir. Vierfach Schwäche, Step-Bonus, aber Amnesie Maximum gestiegen. Ich werde erst mit Gelder eingehen. Das Viech ist nicht blöd. Das Viech ist nicht blöd. Jetzt macht es dieselbe Taktik wie ich. Das werden wir verhindern. Ich werde jetzt mit Stone-Edge angreifen. Es müsste sogar Bowen mit der Hälfte der Krab überleben. Ja, genau richtig geschätzt. Stone-Edge. Step-Bonus. Und es macht nicht wirklich viel Schaden. Na, geil. Was bleibt mir jetzt anderes übrig? Wer tauschen müssen. Jana, was hast du für Moves? Spezial. Ne, dann gehe ich lieber mit Xerox rein. Genau. Xerox kann dann mit Kreuzschere das Viech vielleicht sogar One-Hit-Killen. Ich denke mal, Kreuzschere sollte sogar ausreichen. Wobei, ich habe eine andere Idee. Agilität? Oder auch nicht. Verdammt, ich habe vergessen, dass das Viech eben diesen Angriff drauf hat, den ich jetzt nicht erwähnen will. La, la, la. Und das war jetzt mein Eigentum. Wir gehen nochmal mit Rewive rein. Also jetzt, das läuft gerade überhaupt nicht gut. So, ich nehme an Xerox, rein mit dir. Und Kreuzschere. Xatun. Oh fuck, warum kannst du Hitzewelle? So, ich muss jetzt wieder mit einem Psycho-Angriff rechnen. Eson, kommt rein. Scheiße wegen Hitzewelle. Scheiße wegen Hitzewelle. Das ist übel scheiße gerade bei mir. Ähm, Dawn? Ich versuche mal mit Rexilisa. Ach, du kommst wieder rein. Oh, und ich habe sogar noch eine Runde frei. Dann hole ich nochmal den Flugtyp. E-Zone rein. Und Rexilisa. Versuchen wir nochmal, Sherrods zurückzuholen. Das sind jetzt erstmal nicht. Ich hole meine Pokémon zu weit zurück. Und genau hier hätte ich mir jetzt gerne einen Top-Geneser wiederholt. Jetzt habe ich zwei Runden zu verschwenden, um diese Scheiße zu halten. Gut, ich versuche mal mit Rackenclaw. Und mache schon ordentlich Schaden. Scheiß drauf. Ne, nicht scheiß drauf. Aber es läuft gerade überhaupt nicht gut. Ich habe gerade mal zwei Euro Pokémon gesiegt, oder? Ja, zwei. Und ich rechne noch mit Galagladi, Gardevoir, was noch? Was gibt es noch für Psycho-Pokémon? Ja, vielleicht Lempomentas. So was. Mit so was rechne ich noch. Oder Sonnfüll, Lunastein. Was weiß ich. Nochmal Folio. Und ich versuche nur mit einer Drackenclaw. Damit wenigstens dieses Xadu-Tod ist. Mit dieser Scheiß-Hitzewelle. Ey, die können echt so dreckige Angriffe, ey. Ohne Scheiß. Das ist so zum Kotzen. Lunastein. Das habe ich mir gedacht. Da gehe ich mit Xerox rein. Lunastein sollte keine Feuer attacken können, oder? Jetzt habe ich drei von ihren sechs Pokémon besiegen können. Das gehe ich vielleicht noch mit One-Hit-Cure runter. X-Sizzle. Reicht das aus? Ja, tut es. Lunastein ist besiegt. Garden War. Wir müssen drinbleiben. Garden War ist ein brutales Viech. Das Viech hat den höchsten Spezialangriff in der dritten Generation. Das ist auf gar keinen Fall. Oh, toll. Ey, die sind so scheiße. Wieso sind die so intelligent? Das ist zum Kotzen. Die haben die Intelligenz von... Ne, also ich sage mal allgemein, die Trainer hier sind in diesem Heck intelligenter geworden. Die wissen, wann sie zu tauschen haben. Aber ein Fehler hat Garden War jetzt trotzdem gemacht. Das hat jetzt meine Kf-130% geload. Und damit sind jetzt Käfer-Typ-Attacken stärker. Solrock ist ein definitiv schneller. Kreuzschere ist ein Step-Bonus, ist eine Schwäche und wegen Hexer Plaga nochmal eine enorme Stärke. Wir werden jetzt gegen Will gewinnen. Was? 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 Wieso ist ein Solrock schneller? Fuck you. Okay, dich mache ich jetzt fertig. Das ist nicht mal. Ich mache dich jetzt so fertig. Und zwar mit einer Crunch-Attack. Komm schon, das muss doch dein Tod sein! Abschütteln, Rexy. Nein! Warum ist Solrock schneller gewesen? Ich rechne bei dem fliege mit einer Feuertage, ganz ehrlich. Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt, aber auch nicht wirklich. Gehe jetzt nochmal mit Sherox rein. Kerle, Kerle, ich bin beim ersten Top-4-Mitglied und alle meine Pokémon sind echt am Arsch. So, Sherox. Jetzt machst du das Viech fertig. Der hat klar kein Wunder, jetzt weiß ich auch warum. Wegen dem scheiß Reflekt noch. Itemsperre. Interessiert mich nicht mehr, du bist das letzte Pokémon, du bist tot. Tschüss. Damit haben wir Will besiegt. Und ich würde vorschlagen, man sieht sich dann wieder im nächsten Part von Pokémon Stormsilver. Wir haben das Ende bald erreicht. Bald haben wir es geschafft. Bald. 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 Bald.